Willkommen zu Teil 2 dieser kleinen Mini-Reihe, in der ich eine Rezension bespreche und durch die Augen der Rezension eigentlich ein Buch kritisiere, freundlich kritisiere mehr oder weniger, nämlich ein Buch von Veit Selk mit dem Titel Demokratiedämmerung, ich glaube Ende letzten Jahres rausgekommen oder so. Und ich möchte vorab ein paar Dinge klären, was ich denn überhaupt meine, wenn ich sage objektiv falsche Analyse, was soll das heißen? Das Erste ist, also diese Redeweise, objektiv falsch, kommt mir selber komisch vor. Ich komme nämlich teilweise aus einer eigenen philosophischen Tradition, wo man sich eigentlich systematisch abtrainiert hat, so überhaupt zu reden. Da gibt es eine Menge Gründe für, warum das nicht gut ist, so zu reden. Da ist aber vielleicht sogar der wichtigste Grund noch gar nicht mit dabei, denn wer so redet, also objektiv falsche Analyse, belastet sich mit einer Hypothek, die er in der Regel gar nicht mehr einholen kann. Das ist also insofern einfach rhetorisch unklug, so zu übertiteln, wie ich das hier habe. Ich versuche es dennoch mal kurz. Also historisch kann man sagen, ist es objektiv falsch. Und zwar, wenn wir zulassen, zum Beispiel zu überlegen, was ist denn eigentlich Demokratie wirklich eigentlich? Und wir sehen halt eine Formation in der Geschichte. Das ist die attische Demokratie, die dem ganzen Teil halt seinen Namen gegeben hat. Und das ist so, dass eigentlich so gut wie jeder Politiktheoretiker, der sich unsere heutige Gesellschaft anschaut und der sich das anschaut, was die ollen Griechen damals in Athen gemacht haben, nicht zu dem Schluss kommt, dass es sich um das gleiche System handelt. Und da muss man sich einfach entscheiden. Also natürlich sind wir frei, alles mögliche Demokratie zu nennen. Ich kann auch ein neu erfundenes Gericht, das ich koche, Demokratie nennen oder ein altes Gericht. Also wir können ja alles, alles nennen. Wir sind ja frei, sozusagen Worte auf Dinge drauf zu klatschen, nach Belieben, nach Gusto. Und das führt dann immer zu diesem völlig unproduktiven Streit um Worte. In dem Fall ist es aber halt nicht unwichtig, was wir unter Demokratie überhaupt verstehen. Und wir müssen halt einfach sagen, wenn das, was die ollen Griechen in Athen gemacht haben, Demokratie war, ist das, was wir machen, objektiv nicht demokratiert. Und das ist ganz offensichtlich und eindeutig etwas anderes. Also entweder haben die ollen Griechen keine Demokratie gemacht oder wir nicht. In diesem Sinne kann man sagen, es ist objektiv falsch. Und wer also davon ausgeht, die derzeitigen Formen von Politik seien Demokratie, befindet sich in einem objektiven Irrtum aus historischem Vergleich, wenn man so will. Wenn man also so vorgeht, könnte man sagen, das, was der Veit Selk analysiert, ist Aristokratie und die strukturellen internen Probleme von aristokratischen Gesellschaftsformationen. Also von Gesellschaften, die, um Selbstregulation zu erreichen, zu aristokratischen Formen greifen. Also jede Gesellschaft der Welt wird immer Bedarf an Selbstregulation haben in irgendeiner Form. Und es gibt halt so zwei Grundoptionen, wie man das machen kann. Entweder macht man es aristokratisch oder macht es demokratisch. Und alle, wirklich alle Gesellschaften der Neuzeit, überall, zu jeder Zeit, gesamte Neuzeit über, haben zu aristokratischen Formen gegriffen. Noch nie haben wir Demokratie gemacht in der Neuzeit. Nicht mal ansatzweise. Und in dieser Situation, ein Buch zu übertiteln mit Demokratiedämmerung oder andere Bücher, die von Demokratieverfall reden, sprechen vom Verfall einer Sache, die nicht existiert. Ja, genau so könnte ich sagen, der zweite Mond der Erde bricht auseinander. Ja, aber der zweite Mond der Erde existiert nicht. Dann kann er auch nicht auseinanderbrechen. Auf der Ebene befinden wir uns. Und das ist halt, wo ich sage, wir sitzen wirklich auf einem breiten, breiten, breiten Demokratietheorieversagen in der Neuzeit. Ja, also die Demokratietheorie der Neuzeit hat nicht verdient, so genannt zu werden. Sie trägt die Bezeichnung zu Unrecht. Was sie genannt werden kann, ist Aristokratietheorie. Denn das ist das, worüber sie Theorie macht. Also Theorien, das Schauen, das Beobachten. Was wird beobachtet? Die Aristokratie und ihre verschiedenen Formen, ihre Wandlungen, ihre internen Probleme werden beobachtet. Und genau das ist auch das, was Veit Selk beobachtet. Er beobachtet die internen Probleme aristokratischer Formen. Dann sollten wir aber nicht von Demokratiedämmerung reden. Okay, das so vorab zur Einordnung aus meiner eigenen Sicht, was ich hier tue. Und warum ich also mit so einer Theoretikerarroganz daran gehe. Das ist also relativ nüchtern gespeist von relativ nüchternen Beobachtungen, die eben bei mir anschließend sehr stark an den Historiker Christian Mayer, der sich sehr sensibel, sehr differenziert mit den damaligen Formen in der Antike befasst hat und dann halt zu dem Schluss kommt, ganz nüchtern eigentlich das, was wir heute machen und das, was damals gemacht wurde, sind einfach zwei Paar Schuhe. Es sind völlig unterschiedliche Arten, wie man Gesellschaften versuchen können, sich selbst zu regulieren. Ja, so. Christian Mayer muss man aufrichtigkeitshalber sagen, macht nicht das, was ich mache. Der sagt nicht, das kann man auf heute übertragen. Ich behaupte das ja. Also wir könnten das nachmachen, nachahmen, mutatis mutandis mit den nötigen Abänderungen. Christian Mayer geht wie die meisten davon aus, dass das nur in den damaligen, wie er das nennt, kleinen Verhältnissen funktioniert hat, aber unter heutigen Bedingungen nicht funktionieren könnte. Und meines Erachtens irren so gut wie alle Politiktheoretiker genau in diesem Punkt. Und wenn auch, also ich habe jetzt zum Beispiel ein Interview gehört mit Veit Selk, wo er dann so sich ein bisschen lustig macht über geloste Bürgerräte, also über das eigentliche Verfahren der Demokratie, das Losverfahren, und von Demokratiesimulation spricht, das ist so lange gültig, solange du halt nur ab und zu einen Bürgerrat machst und dieser Bürgerrat im Grunde nichts entscheiden kann, dieser geloste Bürgerrat, dann kann man wirklich von Demokratiesimulation reden. In dem Moment aber, wo wir das in der Breite machen, wo wir das verfassungsmäßig machen und wo wir gelosten Versammlungen in reale Macht übertragen, also wirklich Dinge für uns zu entscheiden, verbindlich zu entscheiden, ändert sich das schlagartig. Und diese Differenz wird eigentlich so gut wie nie gezogen, sie wird noch nicht mal erwogen. Also so gut wie kein Politiktheoretiker heute, bis auf ein paar ganz versprengte Gestalten, die gibt es, aber es sind echt wenige, denken darüber nach, was passieren würde, wenn die Gesellschaft die ganze Zeit politisch aktiv wäre und eben nicht nur ein paar wenige, sondern wir alle. Dabei ist genau das Demokratie, wie wir in der Antike eindeutig sehen können. Also so gut wie kein heutiger Politiktheoretiker denkt über Demokratie nach. Also nicht nur darüber nicht, dass wir sie noch nicht haben oder nie hatten in der Neuzeit, sondern auch nicht, was passieren würde, wenn wir sie machen würden und wie das dann aussehen würde. Darüber denkt gar niemand nach. Und deswegen machen das so wild gewordene Laien wie ich auf der Couch und behaupten dann ein breites Politik- und Demokratietheorieversagen in der Neuzeit. Also wäre diese Lücke gefüllt, könnte ich hier nicht so groß daherreden. Also würden hart gesagt heutige Demokratietheoretiker und Politiktheoretiker ihren Job machen, ihre Arbeit machen, hätte ich nichts zu sagen. Aber das machen sie nicht. Sie lassen da eine riesige Lücke. Sie reden über etwas ganz Wichtiges, überhaupt gar nicht, und denken darüber über völlig unwichtige Dinge nach, die, Entschuldigung, Pille-Palle sind, uns nicht weiterbringen oder wie auch immer. Ja, dann so. Und wenn ich also das, das ist so die philosophische Tradition, die ich hier angedeutet habe, aus der ich teilweise komme, das ist der amerikanische Pragmatismus im Anschluss an Richard Rorty, Kurzversion. Und da würde man halt nie so reden, objektiv falsch. Das ist was, was sich Pragmatisten im Anschluss an Rorty verbieten. Was würden die sagen? Die würden sagen, es ist nicht sonderlich nützlich und nicht sonderlich weiterführend produktiv, wenn man die Dinge so beschreibt, wie es halt Fight-Sake tut. Ja, also natürlich kannst du die Dinge so beschreiben. Niemand kann dich aufhalten, wenn du das machen willst. Es wird dich halt nirgendwo hinbringen. Du generierst keine Lösung. Und das ist dann fast eine Stärke von Veit Selk. Also so betrachtet, wenn man das pragmatistische Auge auf das wirft, was er tut, dann ist es eine Stärke, weil dann sticht Veit Selk ganz positiv heraus aus der heutigen Politiktheorie. Und zwar aufgrund einer Eigenschaft. Soweit ich bisher zumindest ihn wahrgenommen habe, also was ich bisher von ihm gehört und gelesen habe, bietet er keine Lösungen an. Und das ist eine Stärke. Die meisten Politiktheoretiker halten das nicht aus. Also den Zustand, den man in der Philosophie Apori nennt. Den aporetischen Zustand. Das ist der Zustand, wo du praktisch alle Lösungen, die dir einfallen, ausprobiert hast. Du bist alle Wege gegangen und landest jetzt in der Weglosigkeit. Das ist so, was Aporia bedeutet. Wenn man das ins Lateinisch übersetzt, wird es auch sehr, sehr, sehr interessant, weil im Lateinischen ist das, was Poros im Altgriechischen ist, ist die Methode. Ne, übernommen ins Lateinisch, natürlich. Auch Methode ist natürlich schon Altgriechisch. Sorry. Also was ich sagen will, ist Methode und Poria sind verwandt. Und also Methodenlosigkeit ist das dann eigentlich. Also Weglosigkeit, Apori und Methodenlosigkeit sind im Grunde Synonyme. Du weißt nicht mehr, wohin du gehen kannst. Du hast keinen Weg mehr. Du bist in einer ausweglosen Lage, wie wir sagen. Und diese ausweglose Lage beschreibt Veit Selk ziemlich hellsichtig und ziemlich gut, bringt er die auf den Begriff. Ich habe halt andere Begriffe dafür, die ich persönlich besser finde. Aber was man ihm zugutehalten kann, ist, dass er diese Ausweglosigkeit aushält. Und das tun halt die meisten anderen Politiktheoretiker nicht. Und damit muss man sagen, sind sie sehr schwache Politiktheoretiker. Alle starken Politiktheoretiker, die ich in der europäischen Ideengeschichte sehe, haben das ausgehalten. Also sie haben sich also, wenn man das so will, durch einen ziemlich starken Magen ausgezeichnet. Das sind eben Leute wie Platon, Leute wie Thucydides, Leute wie Hobbes, Leute auch lustigerweise wie Nietzsche und Hegel. Das sind alles Leute mit einem sehr starken Magen, die also krasses Zeug denken können, ohne dass ihnen schlecht wird. Das können unsere heutigen Politiktheoretiker, sorry, allesamt nicht. Wir sind alle relativ schwach auf der Brust als Theoretiker. Entschuldigung, sag ich im Theorievergleich. Als jemand, der halt mit einer gewissen, ich weiß nicht, wie ich das anders nennen soll, Theorienelitismus großgezogen worden ist. Also meine philosophischen Lehrer waren hyperelitär. Die waren also sehr anspruchsvoll. Und die hätten jetzt nicht jede dahergelaufene Theorie abgefeiert oder gesagt, oh, tolle Theorie. Die hätten das mal kurz neben das gehalten, was halt schon so da war, ja, an politischer Theorie. Die hätten sich das angeschaut und wären dann wahrscheinlich zu einem ähnlichen Schluss gekommen wie ich. Die meisten heutigen politischen Theorien sind einfach schwach. Schwach auf der Brust im historischen Vergleich. Da hatten wir halt schon stärkeren Tobak. Leute mit stärkerem Magen. Und Veit Selk, in seinem Aushalten einer aporetischen Situation, in dem er keine Lösungen anbietet, hat hier ein Gütesiegel aus meiner Sicht, nämlich er hält das aus. Ganz offensichtlich hält er das aus. Müsste man ihn mal persönlich fragen, wie er das macht. Haben ihn bestimmt auch schon welche gefragt. Ich bin nur noch nicht drauf gestoßen. Dann ist es eine ganz naheliegende Frage. Wie halten Sie das eigentlich aus, Herr Selk? Das zu denken, was Sie denken und dann sozusagen nicht sich die Kugel zu geben. Das müsste ihn mal nie fragen. Und sicher hat er eine kluge Antwort darauf. Das würde ich ihm jederzeit unterstellen. Aber Lösungen bietet er eben nicht an. Und ich habe eine Lösung im Gepäck. Und ich habe meines Erachtens auch deutlich bessere Begriffe im Gepäck. Das heißt, ich habe eine aus meiner Sicht in jeder Hinsicht überlegene Situationsbeschreibung. In jeder Hinsicht überlegene Situationsanalyse. Und so komme ich zu dieser merkwürdigen Redeweise objektiv falsch. So viel wollte ich noch vorab gesagt haben. Und jetzt geht es mitten rein in den Text. Da, wo ich in Teil 1 aufgehört habe. Da ging es um Medien und Öffentlichkeit. Wird noch sehr lustig. Also im Text heißt es. Ich schließe nochmal kurz an, damit man wieder reinkommt in den Text. Auch hier ist selbst Einschätzung gibt Thomas Asseuer wieder. Ebenso glasklar wie düster. Nach ihrer Digitalisierung ist die Öffentlichkeit nicht länger ein Resonanzraum der Demokratie, sondern ein Dunkelkammer aus Manipulation, Misstrauen, Täuschung, Lüge und Ignoranz. So. Ich habe ja am Ende des letzten Videos schon gesagt, Resonanzraum der Demokratie war nie. Öffentlichkeit kann das gar nicht. Öffentlichkeit ist nicht politisch und kann auch nie demokratisch sein. War sie nie, ist sie nicht und wird sie nie sein. Was zutrifft. Und da haben wir eigentlich einen Punkt jetzt hier, wo man produktiv weiterdenken könnte. Öffentlichkeit ist tatsächlich das und sie ist aber immer das und nie etwas anderes. Eine Dunkelkammer aus Manipulation, Misstrauen, Täuschung, Lüge und Ignoranz. Wenn man das ins Positive wendet und sagt, was ist denn dann politische Kommunikation? Was ist ein politischer Kommunikationsraum? Ein politischer Kommunikationsraum ist tatsächlich ein Raum, der sich nicht auszeichnet durch Manipulation, Misstrauen, Täuschung, Lüge und Ignoranz. Also wir haben das Gegenvollignoranz. Was ist das? Anerkennung, Wahrnehmung. Wir haben Wahrheit in irgendeinem Sinne. Wir haben Nichttäuschung. Das geht in die gleiche Richtung. Wir haben Vertrauen. Und was das Gegenteil von Manipulation ist, da bin ich nicht so ganz sicher. Manche würden sagen, überzeugen, sich wechselseitig überzeugen. Ich kenne halt auch sowas wie positive Manipulationen. Aber das hat viel damit zu tun, dass ich zu viel Rorty gelesen habe. Also Rorty ist jemand, der zwischen guter Manipulation und schlechter Manipulation unterscheiden kann. So, oder mit dem man das denken könnte. Da müsste man nochmal nachtragen, was der Gegenbegriff ist. Aber auf jeden Fall, ich will, also in meinen Worten, ich habe darüber Artikel geschrieben, ist der politische Kommunikationsraum, wenn er ein politischer Kommunikationsraum ist, ausgezeichnet durch authentische, direkte, emotional aufrichtige, relativ unverblümte Redeweise. Und auch genau die finden wir, das ist historisch verbrieft in der antiken Demokratie. Also man hat in der antiken Demokratie kein Blatt vor den Mund genommen. Man ist auch ziemlich ins Eingemachte gegangen. Mich erinnert das immer an die Formen provokativer Kommunikation, wie ich sie kenne, aus der Provo-Ecke. Also von den Nachfolgern von Frank Farrelly, das ist so ein US-amerikanischer Therapeut, der so richtig ans Eingemachte geht. Der verbal total auf dem Putz haut, auch total Übertreibungen benutzt und so weiter. Aber woran er rankommt, ist halt sozusagen die emotionale Essenz. Also worum geht es eigentlich? Da gräbt er sich sehr schnell ran. Und wenn ich mir die Kommunikation der ollen Griechen in ihrer Demokratie anschaue, dann ist das sehr Farrelly-like. Und das sagt uns irgendwas über Politik meines Erachtens. Denn Politik wurde von den ollen Griechen erfunden und die hatten Ahnung, was Politik ist. Im Gegensatz zu unserer heutigen Zeit, die in einer permanenten Politikverkennung lebt. Und das gilt auch für unsere heutige sogenannte politische Theorie. Dass wir leben in einer paradoxen Situation, dass auch unsere Politik-Theoretiker Politik gar nicht kennen. Also sie reden über was, aber worüber sie da reden, ist nicht Politik, sondern ein Zustand, den ich Privatismus nenne. Und der eine fortgesetzte systemische Negation von Politik ist. Und eben gerade nicht Politik, sondern das genaue Gegenteil. Und dann analysieren sie sehr hellsichtig, was sie da analysieren, ist nicht Politik, sondern das Gegenteil von Politik. Wenn man sehr freundlich sagt, ein vorpolitischer, präpolitischer oder eben unpolitischer Raum, Kommunikationsraum. Der ist genau davon gekennzeichnet. Manipulation, Misstrauen, Täuschung, Lüge, Ignoranz. Aber das hat halt alles mit Politik nichts zu tun, weil Politik hebt all das auf, wenn sie Politik ist. Mit der digitalen Revolution, jetzt hier im Text jetzt weiter, entstand zunächst eine Laienpublizistik mit unzähligen Teil- und Gegenöffentlichkeiten, von der jetzt hier ich mit diesem Video offensichtlich auch ein Teil bin. Sie erweitern den Meinungsrahmen und unterlaufen zugleich die Filter- und Gatekeeper-Funktionen der klassischen Massenmedien, wie gehabt. Setzen aber natürlich neue Filter- und Gatekeeper-Funktionen in. Ich meine, Plattformlogik, Monetarisierungslogik von YouTube und anderen Plattformen von TikTok ist auch eine Gatekeeper- und Filterfunktion. Halt eine andere, als die wir gewohnt sind von sogenannten großen Leitmedien wie, was weiß ich, FAZ, der Zeit, Süddeutscher Zeitung und Spiegel und so. Und Taz, wenn man die noch dazu rechnen möchte, also das ist ein anderer Filter-Mechanismus, aber es ist natürlich auch ein Filter-Mechanismus. Also von unterlaufen kann hier nicht die Rede sein, dann unterschätzt man halt die Macht, die in Plattformen und die Eigendynamik, die in Plattformen selbstverständlich liegt. Von den verbliebenen Qualitätsmedien, meint Zag, dürfe man sich nicht täuschen lassen. Das ist sehr witzig. Die Algorithmen der Tech-Konzerne simulierten fast flächendeckend ein unversöhnliches Weltgefühl. Ihr Geschäftsmodell sei auf Entzweihung ausgerichtet, auf Bewirtschaftung von Feindschaft und Hass, weil man da eben Geld draus ziehen kann. Ja, kann man unterschreiben. Auch der Einsatz von Deep-Wake-Technologie durch weltweite Polarisierungsunternehmer erschüttere das Vertrauen in die öffentliche Kommunikation. Ja, da stehen wir eher am Anfang, das wird immer noch schlimmer werden. Ganz offensichtlich mit den steigenden technischen Möglichkeiten. Warum Zag, kritisiert jetzt Thomas Assheuer, so ausgiebig die Misere der Öffentlichkeit beschreibt, liegt auf der Hand. Ach, kritisiert doch nicht, er erkennt das an. Habe ich falsch gelesen. Also, Thomas Assheuer sagt lobend, warum Zag, so ausgiebig die Misere der Öffentlichkeit beschreibt, liegt auf der Hand. Ohne eine intakte Öffentlichkeit, glaubt er, würden die gängigen Demokratiemodelle unplausibel, selbst die ausgefeilte und enorm voraussetzungsvolle Theorie von Jürgen Habermas. Oh mein Gott, soll ich nochmal was zu Jürgen Habermas sagen? Nee, was ich mich mal bei Habermas frage, und ich habe also in meinem Leben mehrere sehr ernsthafte Versuche unternommen, in seine Theorie einzusteigen, also ich habe reihenweise Habermas Bücher auch im Keller und immer wieder Anläufe genommen, mich in Habermas einzuarbeiten, und mich hat es jedes Mal rausgeworfen. Meine Frage bei Habermas ist immer, wie konnte das je passieren, dass der Mann für einen Großtheoretiker gehalten wurde? Ich habe auch früher schon mal ein Video gemacht von der Devise, who the fuck is Habermas? Also, sagen wir mal so, wäre Habermas das Größte an politischer Theorie, was unsere heutige Zeit zustande bringt, dann wären wir echt am Arsch. Also, no way ist Habermas ein großer Politiktheoretiker. Und das hat genau mit diesen Dingen zu tun, die hier eben auch dann teilweise von Selk kritisch rausgearbeitet werden. Generell allein auf Öffentlichkeit zuzurechnen und zu glauben, in der Öffentlichkeit habe man den Raum für das Politische gefunden oder ein Korrektiv oder ein Raum unverzerrter Kommunikation oder so ein Scheiß, Ja, das hat nie gestimmt. Und wie Habermas auf die Idee gekommen ist, frage ich mich halt immer. Also, ich meine, immerhin hat der Mann noch Leute wie Adorno und Co. gekannt. Und ja, also irgendwas ist da also gründlich schiefgegangen. Liebe Leute, vergesst bitte Habermas. Der Mann hat wirklich, Entschuldigung, nichts Produktives beizutragen zu unserer heutigen Zeit. Wirklich nichts. Ja, das hat sich halt akademisch durchgesetzt. Erst, wenn ich es jetzt mal noch böser sage, es sind Ahnungslose, die den Ahnungslosen anbeten. Ja, also die Leute, die Habermas großartig finden, haben selber wirklich keine Ahnung von der Sache. Ja, also weil sie keine Ahnung von der Sache haben, finden sie Habermas gut. Und weil sie Habermas gut finden, haben sie keine Ahnung von der Sache. Also Habermas ist in jeder Hinsicht ein theoretischer Irrtum. Tut mir leid. Freundlicher kann ich das nicht sagen. So, jetzt gehen wir aber weiter im Text. Wir gehen jetzt einfach mal über Jürgen Habermas hinweg. Sie sei, also elementar auf eine konsonante Öffentlichkeit angewiesen, auf die ständige Rückkopplung von Regierungshandlungen mit der Bürgerschaft, doch in einer strukturell feindseligen, von Weltbildgräben durchzogene Mediensphäre, also ich würde sagen, es hat mit Medien zu tun, es hat mit Stasis-Zuständen was zu tun, aber gut, sei es nicht einmal mehr möglich, einen Konsens über Dissens herzustellen, geschweige denn ein kollektives Wir. So, alles an dem stimmt, außer das nicht mehr. Nicht einmal mehr. Liebe Leute, wir hatten das nie. Wir hatten das nie. Es ist uns nur nicht aufgefallen. Wir hatten nie eine solche Sphäre, die wir jetzt verloren hätten. Wir haben sie nie ausgebildet. So rum wird ein Schuh draus. Also immer wieder das Gleiche in diesem Artikel, was schon im Teil 1 ständig hochgeploppt ist. Hier wird beklagt, eigentlich nicht beklagt, sondern beschrieben und analysiert, der Verlust von etwas, was nie da war. Das ist so, wie man sagt, der Kuchen ist weg, der Kuchen hat aber nie existiert. So, da sind wir. Und deswegen komme ich immer wieder zum Gleichen. Da besteht ein objektiver Irrtum über die Verhältnisse, aus denen wir kommen, in denen wir uns befinden und in die wir gehen. Also über Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. So, weiter im Text. Im sich irrenden Text. Doch wenn es Medien nicht mehr gelinge, Themen zu bündeln, sie zu verdichten und den Streit der Meinungen zu fokussieren, dann fällt ein rationalisierender Faktor der Politik aus. Ich habe drei Artikel über Rationalismus in der Politik geschrieben und jetzt ja hier vor kurzem nochmal den sehr klugen Artikel auf Republik, Demokratie unter Irrationalen hier besprochen, in einer fünfteiligen kleinen Miniserie. Also es gibt drei Artikel von mir zu politischem Rationalismus. Woher kommt Ergeist ist geschichtlich? Wer hat ihn erfunden? Was sind die Voraussetzungen? Was sind die Folgen? Und so weiter. Also deswegen fällt es mir jetzt sehr schwer, darüber hinweg zu gehen, über diese Formulierung. Dann fällt ein rationalisierender Faktor der Politik aus. Das ist hier ein Anführungszeichen gesetzt. Das heißt, das ist eine Formulierung, die offenbar Veit Seck selbst verwendet und nicht nur Thomas Assäuer in seiner Rezession erfunden hat. Darf ich kurz fragen? Ist es erlaubt zu fragen? Natürlich ist es erlaubt. Was hier für ein Rationalitätsbegriff benutzt wird? Es gibt nämlich einen Umstand, der von politischen Rationalisten sehr, sehr auffällig wenig beachtet wird. Der Erfinder des politischen Rationalismus ist ganz, ganz, ganz eindeutig Platon. Jetzt schauen wir uns nochmal an, was Platon über Öffentlichkeit gedacht hat und über öffentlichen Diskurs. Und was er uns zeigt, in zahlreichen seiner Dialoge, ist, dass er nicht daran glaubt, weil er die Plenumsdiskussionen der Ekklesia, der antiken Demokratie, Ekklesia ist die Volksversammlung, da waren so manchmal mehrere tausend Leute und haben debattiert. Jeder konnte sich zu Wort melden. Das ist ein bisschen so wie das Internet heute. In Anders, ach, aber es gibt Ähnlichkeiten, Strukturehnlichkeiten. So, weil er das erlebt hat, ist er zu einem großen Demokratiekritiker geworden. Natürlich auch, weil man sein großes Idol Sokrates angeklagt und zum Tode verurteilt hat. Natürlich auch, weil diese Polis Athen in dieser Form sich in den Peloponesischen Krieg verstrickt hat und dann diesen Krieg verloren hat. Das spielt alles eine Rolle. Aber Platon hat auch in seiner Zeit die großen öffentlichen Debatten wahrgenommen. Und was er dort wahrgenommen hat, ist das Gleiche, was hier wahrgenommen wird, nämlich, in der öffentlichen Debatte setzt sich nicht die Rationalität durch. Damit beginnt die politische Theorie Europas. Damit beginnt sie. Und sie wurde also sozusagen von Anfang an von Platon sehr eindeutig beantwortet, weil es gibt so Stellen, das sind die entscheidenden Stellen, wo, in diesem kritischen Disput zwischen Sophisten und Philosophen, für den Philosophen steht Sokrates, die Sophisten Sokrates fragen, warum er denn, wenn er so klug sei und so weise sei und so schlau sei, wie er sich gebe, nicht seine Stimme erhebe in der Ekklesia. Denn das könne er ja in der Demokratie von damals. Das war auch wirklich so. Das ist gut bezeugt. Und stattdessen mit dem Adelsnachwuchs Athens Privatgespräche führe. Und also dieses Highlighten dieses Umstands durch Platon selbst ist ein performatives, klares Statement Platons, dass er nicht an öffentliche Debatten glaubt. Jetzt müssen wir uns das nur mal auf der Zunge zergehen lassen. Derjenige Mensch, der die Idee des Rationalismus in dieses politische Denken eingeführt hat, Platon, hat nicht an öffentliche Debatten geglaubt. Der Erfinder des Rationalismus hat nicht an den rationalisierenden Faktor der Öffentlichkeit geglaubt. Da frage ich mich dann immer, also wenn ich jetzt noch politischer Rationalist wäre, was ich nicht bin, kennen die ihre eigene Ahnenreihe nicht? Kennen die ihre eigenes Herkommen nicht? Also kennen die ihre eigene Tradition nicht? Oder was ist bei denen schiefgegangen? Und wenn also Veit Selk diese Formulierung wirklich verwendet, rationalisierender Faktor der Politik fällt aus, dann ist halt auch er ein weiterer Platoniker, der seine eigene Tradition nicht kennt. Und dann frage ich mich ja so qualitätstechnisch, wie gut kann politisches Denken sein, dass sein eigenes Herkommen seine eigene Tradition so überhaupt gar nicht kennt? Da steige ich dann einfach aus als Ideengeschichtler. Tut mir leid. So, machen wir weiter, bevor ich noch vernichtender werde. Wir lesen einfach jetzt mal weiter. Wir gehen drüber weg. Klar, schreibt jetzt Thomas Asseuer, dass die nationalen Rechte jede Gelegenheit nutzt, dass die nationalen Rechte jede Gelegenheit nutzt, um die mediale Anarchie weiter anzuheizen. Anarchie, Herrschaftslosigkeit. Was ist Demokratie anderes als Anarchie? Auch dazu gibt es einen Artikel von mir. Der heißt Anomie, Anarchie, Demokratie. Also, das Problem ist nicht die Anarchie, nicht die Herrschaftsfreiheit, weil Herrschaft ist immer ein Problem. Was die Griechen, als sie Demokratie und Politik erfunden haben, war, keine Herrschaft. Deswegen haben sie ja auch, als sie es erfunden hatten, das Ding erst mal nicht Demokratie genannt, sondern Isonomie. Und nicht Demokratie. Und da kommt Kratos, Kratein halt nicht vor. Da kommt Herrschaft nicht vor. So, also wenn wir sagen, mediale Anarchie, meinen wir eigentlich mediale Anomie. Ja, das ist was ganz anderes. Wird auch nicht verstanden. Also, wo ich mich dann immer frage, ey Leute, eure politischen Begriffe, euer politisches Denken. So, ahhh, bitte, Basics. Geht nochmal ins Pro-Seminar, in die absoluten Basics und macht eure scheiß Hausaufgaben. Entschuldigung. Ach, unerträglich schlecht. Unerträglich schlecht vom Theorieniveau. Tut mir leid. Als Theoretiker muss ich mich hier übergeben. Und das mache ich ja hier auch wortreich. So, machen wir mal weiter. Trotzdem, dass mich das hier echt ankotzt. Klar, dass die Nation... Ich lese jetzt einfach weiter. Ich versuche an mich zu halten. Klar, dass die nationalen Rechte jede gelang nutzt, um die mediale Anarchie, richtiges mediale Anomie, weiter anzuheizen und die Öffentlichkeit mit Bullshit zu fluten. Ja, das ist das, was Öffentlichkeit ist. Sie ist Bullshit und wird immer Bullshit sein und kann auch gar nichts anderes sein. Privat ist sie halt sehr nützlich. Also privat ist gegen Öffentlichkeit nichts einzuwenden. Du kommst mit Content in Kontakt, über den würdest du nicht in Kontakt kommen, wenn es nicht so etwas Wunderbares wie das Internet gäbe. Das ist nicht das Problem an Öffentlichkeit, dass Öffentlichkeit an sich ein Problem wäre. Für Politik ist es halt für Politik ungeeignet, weil es halt undemokratisch ist, was in Öffentlichkeit passiert und immer undemokratisch sein und bleiben wird, weil Öffentlichkeit unheilbar undemokratisch und unheilbar unpolitisch ist. Das wäre wahnsinnig toll, wenn wir das endlich verstehen würden, wenn wir uns darauf konsensmäßig einigen könnten in der politischen Theorie. Das wäre echt toll. Dann würden wir einen großen Schritt weiter. Zugleich verspricht sie, im Fall einer Machtübernahme das Meinungschaos zu beenden, also der rechte Populismus und die schöne vorpolitische Harmonie des seligen Volkes wiederherzustellen. Ja, das ist alles ironisch, sarkastisch. Das übergehen wir jetzt einfach. So. Jetzt kommt Max Weber. Ich liebe es. Max Weber hat den Kapitalismus einmal als die schicksalsvollste Macht unseres modernen Lebens bezeichnet. Liebe Leute, jetzt zeige ich nochmal was. Ich habe es schon in vielen Videos gesagt. Wenn jemand noch die Analysekategorie Kapitalismus benutzt, dann zeigt er dadurch eindeutig an, dass er unsere Situation nicht verstanden hat. Mit dem heutigen Wissen, was wir haben über Gesellschaft, über die Menschen, über Sozialdynamik, über Sozialpsychologie, verbietet sich die Analysekategorie Kapitalismus. Jeder, der noch Kapitalismus, kritisch, bejahend, überhaupt über Kapitalismus nachdenkt, hat, Entschuldigung, nichts verstanden. Und zwar zeigt das dadurch eindeutig an. Also, Semaya Hikana, hinreichende Anzeichen. Mehr musst du nicht wissen. Jemand verwendet das Wort Kapitalismus. Raus. Nicht weiterlesen, nicht weiterdenken, unproduktiv. Das kann man dann schon abschließend sagen. Warum? Weil die Probleme, über die wir reden heute, einfach sehr viel älter sind, als das, was man in irgendeinem Sinne Kapitalismus nennen kann. Sie sind viel tiefer, sie sind anthropologischer Natur. Also, die Probleme, die wir haben, haben wir, seitdem wir sesshaft sind. Seitdem ergeben die sich. Und das sehen wir in der Geschichte, wenn wir hinschauen, überdeutlich. Klare Anzeichen sind zum Beispiel die Strukturehnlichkeiten zwischen heute und der antiken Poliswelt im 7. und 6. Jahrhundert. Wäre es so, dass an dieser ganzen Kapitalismuskiste wahnsinnig viel dran wäre und das nachdenkenswert wäre, dann dürfte das nicht existieren. Dann dürften wir nicht strukturähnliche Probleme haben, wie die euren Griechen im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus. Haben wir aber. Und zwar ganz eindeutig. Das heißt, die Probleme sind sehr viel älter und ergeben sich letztlich einfach aus der Sesshaftigkeit. Und zwar autopoietisch. Das heißt, du rutschst als Menschheit in die Sesshaftigkeit, du hast diese Probleme. Du rutschst als Menschheit in die Sesshaftigkeit, was du kriegst, ist eine Klassengesellschaft und Aristokratie. Ja, also Herrschaft der Oberschicht. Die Oberschicht, die eigentlich die Politik unter sich ausmacht und die Gesetze macht und die Regularien macht und auch die Kontrollen untereinander aufteilt in einem System von Checks and Balances und Gewaltenteilung. Aber überall sitzen Aristokraten. Das sehen wir überall in der Geschichte, seitdem wir sesshaft sind. In allen Erdteilen, zu allen Zeiten, in allen Gesellschaften. Es gibt nichts anderes als Aristokratie. Der einzige Irrtum unserer heutigen Zeit ist, dass sie glaubt, das hinter sich gelassen zu haben mit den Revolutionen. Also mit der französischen Revolution, der amerikanischen Revolution, der englischen Revolution, der russischen Revolution. All das hätte Aristokratie beendet. Und das ist einfach sachlich falsch. Revolutionen sind immer aristokratische Vorgänge, die nicht Aristokratie beenden, sondern auf blutige Weise die eine Aristokraten-Klicke durch eine andere Aristokraten-Klicke ersetzen. Da sage ich dann immer, da das das Einzige ist, was Revolutionen faktisch leisten, sind Wahlen besser. Ich bin ja ein großer Kritiker von Wahlen, gemeinsam mit dem Historiker David von Reibruck. Ich sage, Wahlen, scheiß Idee. Immer gewesen. So, zumindest wenn es halt nicht ergänzt, ist doch ein breit angelegtes, verfassungsmäßiges, losdemokratisches System. Dann werden Wahlen halbwegs erträglich. Aber halt so, wie wir machen, sind Wahlen einfach absolut idiotisch. Immer gewesen, in jeder Hinsicht. Aber relativ zu dem, was Revolutionen leisten, sind Wahlen besser. Also Revolutionen, inneraristokratischer Vorgang, Wahlen, inneraristokratischer Vorgang. Aber großer Vorteil, Wahlen versus Revolution. Wahlen sind der gleiche Vorgang wie bei Revolutionen, bloß unblutig. Das ist saubere Analyse. Entschuldigung. Ja, so. Gut. Also, unsere Probleme sind sehr viel älter. Wir leben immer in Klassengesellschaften. Überall auf der Welt haben sich in Selbsthaftigkeit immer Klassengesellschaften gebildet. Mit sehr wenig sozialer Mobilität. Also, du konntest sehr schlecht aufsteigen von einer Klasse in die andere und sehr schwer absinken. Vereinzelt kommt das vor, aber in der Breite eher selten. Und du hast eine stabile Herrschaftskaste und die Oberschicht macht halt das Politische unter sich aus. Und da muss man nochmal klar sagen, das ist, was die Griechen auch hatten im siebten, sechsten Jahrhundert vor Christus. Und deswegen hatten sie auch so ähnliche Probleme wie wir heute. Auch sie lebten in der Aristokratie. Wir leben in der Aristokratie. Sie hatten Probleme. Wir haben Probleme. Und wir haben erstaunlich ähnliche Probleme. Und dann kann man mal zurechnen auf die Ursache dieser Probleme. Und was ist die Ursache? Naja, Aristokratie halt. Scheiße. So, okay. Das ist halt so, der Kern. Und das Problem ist aber, das ist ein allgemeines Phänomen. Das ist jetzt nicht ein europäisches Phänomen. Das ist nicht ein Problem der Antike oder des Mittelalters. Also der Neuzeit. Es ist ein anthropologisches Problem. Menschen leben in Sesshaftigkeit, zusammenbilden riesige Gesellschaften. Dann kriegst du Strukturprobleme, du kriegst Aristokratieprobleme, du kriegst Klassenprobleme. Das kriegst du aber immer und überall. Und die Naivität der Neuzeit besteht darin, dass man sie denkt, oh, wir machen ein paar Revolutionen und dann haben wir das abgeschafft, dann haben wir das nicht mehr. Was wir auch stattdessen getan haben, ist, wir haben halt die eine Clique durch eine andere Clique ersetzt. What's the use? What's the progress? Ja, so kann man fragen. So, und in dieser Situation dann mit Wachs-Weber und Kapitalismus und Tralala zu kommen, ist halt, Entschuldigung, Pille, Palle, Pustekuchen, weiß ich nicht, Schmalspur. Also, diese Theorie ist so schmal vor der Brust, dass sie schmaler vor der Brust gar nicht sein kann. Ihr historischer Horizont ist unglaublich begrenzt. Ihr anthropologisches Wissen ist unglaublich begrenzt. Das sieht man, finde ich, vor allem bei Marx. Ja, so, wie Marx den Menschen denkt, ist ja wirklich unterirdisch, geht gar nicht, ja. Und ja, wir wissen halt heute einfach sehr viel mehr über den Menschen aus moderner, heutiger wissenschaftlicher Anthropologie. Nur ist das in der politischen Theorie dieses Wissen nie angekommen. Die sind alle anthropologisch unaufgeklärt geblieben. Deswegen sind sie auch Rationalisten. Also, liebe Leute, wenn du anthropologisch aufgeklärt bist, kannst du nicht mehr, wie indirekt auch immer, an Platon anschließen und Rationalismus in der Politik predigen oder fördern wollen oder davon ausgehen, dass es irgendwie eine Kraft in der Realität sei. Rationalismus. Ja, also, wenn du anthropologisch aufgeklärt bist, gehst du nicht davon aus, dass das die Wirkmechanismen sind. Und das heißt nicht, dass wir alle doomed sind und dass das alles schrecklich ist, sondern das heißt einfach, die Wirkmechanismen sind halt ganz andere, als sich Platon das mal vorgestellt hat. Und alle Schmalspurdenker, die, wie indirekt auch immer, in Anschluss an Platon denken, halt danach. Ja, so gut wie alle. Also, das gesamte politische Denken Europas nach Platon kannst du im Grunde vergessen. Kannst du in die Tonne treten, verschreddert das Zeug, löscht das Zeug. Kein Verlust für die Menschheit. Überhaupt kein Verlust. Kann man alles, mit allem, mit Kant, mit Rawls, alles in die Tonne, weg damit. Keiner braucht den Scheiß. Das interessante politische Denken finden wir bei Solon, bei Kleistinus, bei Herodot, bei Aeschylus, bei Thucydides noch, in Schmundform und in ganz, ganz krasser Verwässerung bei Platon und Aristoteles. Da muss man aber dann sehr vorsichtig sein. Also, bei Platon, Aristoteles, Thucydides, also Denkern des vierten Jahrhundert vor Christus, das ist bereits Verfallsform des politischen Denkens. Da muss man halt dann rausziehen, was produktiv ist. Man muss das filtern, ja. Und die wirklich produktiven Leute waren vorher im politischen Denken. Und danach kam nichts mehr Produktives nach. Ich würde sagen, bis in die 70er Jahre des letzten Jahrhunderts. Da geht dann wieder produktives politisches Denken allmählich los. Ganz, ganz sporadisch, ganz, ganz versprengt, ganz, ganz vereinzelt. So vereinzelt, wie ich bin. Also, gar so vereinzelt bin ich gar nicht. Glücklicherweise bin ich nicht so einsam, wie ich auch sein könnte. Also, ich bin sehr dankbar für meine Situation, dass es schon andere Leute gibt, die sich da sehr kluge Gedanken gemacht haben, dass ich mir nicht alles aus den Fingern saugen und alles selber ausdenken muss. Da bin ich schon sehr dankbar. Also, dass es Leute gibt wie David von Rehbrook, Hannah Arendt, Christian Mayer und noch ein paar andere. So, aber den Rest kannst du echt vergessen. So, machen wir mal weiter im Text. Gleichwohl war es den westlichen Demokratien gelungen, ihn wohlfahrtsstaatlich abzufedern, Das stimmt nicht. Es war ihm gelungen, ihn kolonialistisch abzufedern. Das ist die bittere Wahrheit. Und die erfolgreichste politökonomische Befriedungsinstitution der Nachkriegszeit zu verwandeln, das stimmt auch nicht. Also, hier zeigt Veit Selk, dass er gar nichts verstanden hat. Entschuldigung. Es waren nie unsere Institutionen, die das geleistet haben. Es war immer die kolonialistische und postkoloniale Situation, von der wir nach wie vor zehren und das hört halt jetzt auf. Na, gerade. Also, die Gründe, warum wir Probleme bekommen, ist einfach, unser traditioneller Kolonialismus, unser traditioneller europäischer Kolonialismus und auch unser traditioneller US-amerikanischer Kolonialismus funktioniert nicht mehr. Und das war die eigentliche Quelle der Befriedungsgegebenheiten. Also, warum wir nicht Stress mit uns selber bekommen haben. Das heißt, wir haben eigentlich unsere Probleme mit uns selbst externalisiert in den Rest der Welt. Wir haben unsere Konflikte ausgelagert, sehr geschickt und das können wir gerade nicht mehr und deswegen kriegen wir jetzt Stress miteinander. Deswegen kriegen wir jetzt die Stasis-Zustände, die wir eigentlich mit der Verfassung, die wir haben, mit dieser kreuzaristokratischen Verfassung, von Anfang an bekommen hätten, wenn wir nicht zeitgleich Kolonialismus gehabt hätten. Der Zeitpunkt, wo die neuzeitlichen Verfassungen, die prägenden Verfassungen, USA, Frankreich und so on, aus der Taufe gehoben wurden, waren gleichzeitig die Zeit eines extrem aktiven Kolonialismus. Gibt es da einen Zusammenhang? Man weiß es nicht. Natürlich gibt es da einen Zusammenhang. Und jetzt zu glauben, was uns befriedet hätte, wären unsere wunderbaren Verfassungen gewesen, ist halt extrem idiotisch und extrem naiv. Wir haben uns nicht befriedet über Verfassungen, weil die Verfassungen, die wir haben, nämlich genau das gar nicht leisten können. Es sind keine Befriedungsinstitutionen, weil sie das eben gar nicht können. Sie sind halt fehlkonstruiert. Wenn sie Befriedungsinstitutionen sein sollten, kann man sagen, sind sie objektiv fehlkonstruiert, weil sie nicht leisten, was sich von ihnen versprochen wird. Was uns befriedet hat, waren unsere kolonialistischen Privilegien. Und die hören halt jetzt gerade auf und deswegen funktioniert es nicht mehr. It's as simple as that. Und wer also glaubt, bisher hätte es funktioniert und jetzt höre es auf zu funktionieren, missversteht oder fehlattribuiert, was da bisher funktioniert hat. Und was da bisher funktioniert hat, waren nicht unsere Verfassungen, nicht unsere politischen Institutionen. Was funktioniert hat, war Kolonialismus. Und der funktioniert halt jetzt nicht mehr. Diese Ära, glaubt Selk, und da hat er recht, ist passé. Aber der Grund ist halt ein anderer, als er denkt. Der historische Kompromiss zwischen Kapitalkumulation und Sozialpolitik zerbricht und die Verbindung aus Massendemokratie und Wirtschaft löse sich unter Druck einer weitgehend ungesteuerten Globalisierung wieder auf. Blablabla. Nachdem Konzerne sich vom Nationalstaat emanzipiert haben, können sie ihren Bestrafungsmechanismus ungestört ausspielen, sodass sie sagen, wir verlagern ins Ausland. Sollten ihnen politische Entscheidungen missfallen, verweigern sie Investitionen oder lagern ihre Betriebe ins Ausland. Zwar seien die Staaten nicht völlig machtlos, aber nachdem sie in der neoliberalen Ehre ihre Steuerungsinstrumente voreilig aus der Hand gegeben hätten, sei ihre Fähigkeit zur demokratischen Machtpolitik nachhaltig geschwächt. Ja, es tut mir so wahnsinnig leid, aber diese politische Analyse ist einfach schlecht. Sorry, sie ist sau, sau komisch eigentlich. Soll ich zeigen, wo sie komisch ist oder wo sie einfach schlecht ist? Okay, ich versuch's. Also, der Fehler liegt in voreilig aus der Hand. Das liegt ja nahe, sie hätten das auch nicht tun können. Hier wird Willkür unterstellt. Also einfach, Politiker hätten eben mal Steuerungsinstrumente in der Hand gehabt und sie dann aus der Hand gelegt. Und hätten das auch nicht tun können. Was hier beschrieben wird, legt eigentlich, und ich würde wirklich sagen, von ganz allein was ganz anderes nahe. Und dass also nicht in diese naheliegende Richtung gedacht wird, ist eigentlich wirklich himmelschreiend. Denn alles, was hier gesagt wird, läuft darauf hinaus, wir brauchen einen demokratischen Weltstaat. Also diese Situationsbeschreibung, die wir gerade gehört haben, heißt, wir brauchen einen Weltstaat. Und wenn der funktionieren sollte, müsste es halt ein demokratischer Weltstaat sein. Stattdessen wird geredet, oh, die Staaten haben ihre Macht zu schnell aus der Hand gegeben, das hätten sie mal besser nicht tun sollen. Ja, können vorlachen, kann man da nur sagen. Also, hier wird verkannt, was das Phänomen der Macht bedeutet. Dieser Druck von Konzernseite hätte sich so oder so ergeben, und das ist ein reines Machtphänomen. Also das heißt, dereguliert wurde nicht einfach willkürlich, weil man jetzt so einen Film hatte, oder das eine Mode war, oder ein Spleen war. Man hat es gemacht, weil man unter Problemdruck stand und die Machtverhältnisse sich gewandelt hatten. In wessen Händen genau die Macht lag. Und Macht ist ein objektives Phänomen, da gibt es keinen Kommen. Wenn die Machtverhältnisse sind, wie sie sind, dann sind sie, wie sie sind, und dagegen ist kein Kraut gewachsen. Da kannst du nicht anrhetorisieren oder anwillkürisieren, wie es hier nahegelegt wird. Gegen die Machtstrukturen treffe ich einfach mal andere Entscheidungen. Ja, das ist so, wie heute offenbar sehr verbreitet gedacht wird. Und da denke ich immer so, hey, habt ihr Machtphänomene nicht verstanden? Oder was ist mit euch kaputt? Was läuft bei euch verkehrt? Die Leute verstehen Macht nicht. Okay, also ich arbeite, nur um das nochmal offen zu legen, mit den Machtbegriffen und mit der Machttheorie von einem Beziehungstheoretiker namens Thomas Gordon. Nach dieser Theorie besteht Macht in dem Phänomen Belohnen und Bestrafen. Und zwar in der einseitigen Fähigkeit Belohnen und Bestrafen, ohne dass die Gegenseite im gleichen Ausmaß zurückbelohnen und bestrafen kann. Das ist Macht. Das ist der Machtbegriff, mit dem ich arbeite. So, jetzt kommt der nächste Abschnitt, der heißt Oligarchie der Superreichen. Es ist die massive Gerechtigkeit und Verteilungslücke, die das nagende Gefühl von Kontrollverlust erzeugt und dem Ansehen der Demokratie Schaden zufügt. Alles an diesem Satz ist falsch. Außer dem Wort Kontrollverlust, aber selbst der ist falsch, weil Verlust auch hier wieder würde bedeuten, dass wir die Kontrolle je gehabt hätten und jetzt verlieren. Die Wahrheit ist, wir hatten sie nie. Also ist alles an dem Satz falsch. Es ist kein Gerechtigkeitsproblem, es ist auch kein Verteilungsproblem, außer ein politisches Machtverteilungsproblem, aber darüber denkt der Autor ja gar nicht nach. Das denkt er hier nicht. Nagendes Gefühl von Kontrollverlust. Ja, Erleben eines Kontrollverlustes, den er aber die ganze Zeit am Werk war. Ansehen der Demokratie. Demokratie hatten wir nie. Schaden zufügt. Ganzer Satz. Eine einfache, eine einzige Katastrophe, eine einzige große Falschheit. In jedem fast einzelnen Wort dieses Satzes ist alles falsch. Seck spricht von ökonomischer Triage. Ich ahne Schlimmes. Wer über Ökonomie nachdenkt, hat heute schon verlor. Während sich die Geschäftsklassen nach dem Verschwinden des kommunistischen Systemrivalen nicht mehr genötigt fühlte, oder fühle, steht hier, finanzielle Konzessionen ans Gemeinwohl zu machen, müssten ärmere Bevölkerungsgruppen als erste Opfer bringen. Das haben sie die ganze Zeit getan. Kein Wunder, dass diese den Kapitalismus mittlerweile als ungerechtes Nullsummenspiel empfänden und den Glauben an ein problemlösungseffektives Regierungshandeln verlieren. Wenn es überhaupt einen kleinen Unterschied gibt, ist, dass sozusagen die, die ökonomisch noch nie Macht gehabt haben, also die Unterschicht, heute minimal bessere Bedingungen vorfindet, um öffentlich überhaupt wahrgenommen werden zu können. Aber es sind echt minimale Verschiebungen. Im Grunde fallen die kaum ins Gewicht. Also Unterschicht war immer ohnmächtig und ist es auch heute. Ja, trotz Internet und dem ganzen Quark. So. Also, gelitten haben immer Leute. Nur hat das die Leute, die nicht gelitten haben, halt nie interessiert. Wie gesagt, wir haben unsere Probleme ja auch sehr stark ins Ausland externalisiert die ganze Zeit über. Das war bequem, das war schön. Und wir haben bequemerweise davon kaum was mitgekriegt. Hat mit uns ja nichts zu tun, dass in fremden, fernen Ländern die Leute leiden. Wenn dann noch die Erwartung von materiellen Fortschritt, einem elementaren Bestandteil der westlichen Zivilisation, ist es das wirklich? Ist das euer Ernst? Wollt ihr wirklich westliche Zivilisation so verstehen? Erwartung von materiellen Fortschritt? Ich würde davon abraten. Aber gut, das ist meine Einschätzung. Enttäuscht werde, erscheint ihnen die Zukunft nicht mehr als der Horizont kollektiver Verbesserung, sondern als der Zeitraum, in dem sich entscheiden wird, wer zu den Gewinnern und wer zu den Verlierern gehören wird. Und da ist wieder meine Frage, war das je anders? Auch diese Gefühlslage ist ein gefundenes Fressen für rechte Parteien. Mit feinem demoskopischen Gespür besetzen sie leere Stelle der verstummten linken Globalisierungskritik und versprechen die Wiederkehr des goldenen Zeitalters, eine florierende Volkswirtschaft mit Wachstum in Hülle und Fülle, die, wie wir alle wissen, nie zurückkehren wird. Also nicht in absehbaren Jahrhunderten. So, wie redet man über all das sinnvoller mit sinnvolleren Begriffen? Also, was gerade passiert ist, dass eine Aristokratenklasse Probleme kriegt. Und zwar auf nationaler Ebene als auch auf globaler Ebene. Auf globaler Ebene sind wir alle Aristokraten. Also die gesamte deutsche Bevölkerung, inklusive Unterschicht, ist relativ zur Weltbevölkerung, zur Menschheit aristokratisch. Diese aristokratischen Privilegien funktionieren nicht mehr. Das heißt, die Aristokratie ist weltweit in der Krise. Leute, die bisher privilegiert waren und sich daran gewöhnt haben, Privilegien zu haben, kommen an Grenzen, dass ihre Privilegiertheit sich nicht erhalten kann, nicht mehr funktioniert. Sie können nicht mehr einseitig zum Beispiel Verträge diktieren. Und das schlägt sich halt dann unter anderem auch ökonomisch nieder. Und jetzt kämpfen diese aristokratischen Eliten, das sind wir alle, um ihre Privilegien und sind verzweifelt, weil ihnen kein Mittel einfällt, sie wieder herzustellen. So, das ist die Realität. Also verschobene Machtverhältnisse sind die Realität. Ein Schelm, wer an die Dialektik von Herr und Knecht dabei denkt. Die Hoffnung, der Staat werde die Gemeinwohlorientierung der Demokratie wiederherstellen. Wiederherstellen ist, wie gesagt, falsch. Es gab sie nie. Und die soziale Ungerechtigkeit wirksam gekämpfen. Über Gerechtigkeit mag ich echt überhaupt nicht nachdenken, weil es ein so Scheißbegriff ist, dieser Scheißgerechtigkeitsbegriff. Habe ich auch schon viele Videos darüber gemacht, warum uns Nachdenken über Gerechtigkeit keinen Schritt weiterbringt, obwohl es anthropologisch in unserer Psyche angelegt ist. Aber egal. Hält Selk für unrealistisch. Das obere 1% der Bevölkerung habe sich erfolgreich von der Sozialbindung des Eigentums befreit. Eigentum verpflichtet, gilt nicht mehr. Und, meint er, und die Polarisierung zwischen einer profitierenden Minderheit und einer verlierenden Mehrheit werde eher noch zunehmen. Jupp. Aber das ist in Aristokratien halt immer so. Das ist die Eigendynamik von Aristokratie. Nichts Neues unter der Sonne. Als gut vernetzte Akteure mit hohem Maß an Geld, Wissen und Organisationsmacht, das stimmt, übten die Privilegierten maximalen Einfluss auf die Politik aus, auch das stimmt, werden jene, die sich als Verlierer empfänden, zuverlässig rechts wählen oder sich mit erschütterungsfreiem Zynismus aus der politischen Bürgerschaft verabschieden. Da habe ich wieder meine Frage. Verabschieden? Waren die denn je da? Ja, also wer verabschiedet sich da? Weil ganz viele waren nie drin in dieser politischen Bürgerschaft. Da sagt zum Beispiel Christian Meyer, dieser Historiker, der sich viel mit der antiken Demokratie befasst hat, es ist eine, ich kriege es einigermaßen hin, er sagt das nicht wörtlich so, aber sinngemäß sagt er, es ist eine Errungenschaft der Neuzeit, den unpolitischen Bürger erfunden zu haben. Sowas wie einen unpolitischen Polites gab es nicht in Griechenland. Den gab es also, bevor man mit Politik ernst gemacht hat, eher im siebten, sechsten Jahrhundert vor Christus. Und da war eben die Gesellschaft in einer schweren Krise aufgrund ihres Aristokratismus. So, also, wenn man jetzt hier steht, sich mit erschütterungsfreiem Zynismus aus der politischen Bürgerschaft verabschieden, dann muss man sagen, ganz viele haben sich nicht verabschiedet, die können sich nicht verabschieden, weil die waren nie, was ist das Gegenteil, verabschieden, begrüßt worden. Sie waren nie begrüßt worden, also können sie sich auch nie verabschieden. Und wer sich da verabschiedet, sind halt Teile der Mittelklasse, der revolutionären Masse. Also die revolutionäre Masse kommt immer aus der Mittelschicht, wer das nicht weiß. Wenn es Revolutionen gibt, wie gesagt, hoch unproduktives Zeug, gehen sie natürlich immer aus der Mittelschicht hervor und nicht aus der Unterschicht. Die Unterschicht kann gar nicht Revolutionen machen, dazu fehlt ihnen, wie das auch hier so schön heißt, Organisationsmacht. Möglich auch, meint Zegg, dass eine neofeudale, nichts daran ist neo, aber alles daran ist feudal, also eine immer noch, müsste es hier richtig heißen, feudale Klassengesellschaft entsteht, bestehen bleibt, wäre richtig, mit einer Oligarchie aus Reichen und Superreichen an der Spitze, also dem, was wir immer schon hatten. Sie lasse nichts unversucht, um den dritten Stand, die Unterschicht sowie abgesunkene Teile der alten Mittelschicht zu unterwerfen, und das hat sie längst, und durch Zufuhr von Medienpopulismus bei Laune zu halten, auch das hat sie immer getan. Es gab keine Zeit, wo das nicht gemacht wurde. Also der Irrtum in Demokratiedämmerung ist ganz offensichtlich Dinge für neu zu halten, die nicht neu sind. Demokratiedämmerung ist schwerer Stoff, meint jetzt Thomas Assheuer. Ich finde, der Stoff ist immer noch lange nicht schwer genug. Manche Passagen lesen sich so, als habe Selke die heiße Lava seiner Systemkritik zwecks Abkühlung in handliche Begriffsbehälter geleitet, bevor er sie der Öffentlichkeit portioniert schmackhaft macht. Wahrhaft beunruhigend allerdings ist, dass Selke die Demokratie verabschiedet, ohne eine Alternative anbieten zu können. Wie gesagt, meines Erachtens ist das eine Stärke, die Selke hat, dass er das aushält, im Gegensatz zu allen anderen Schmalspurdenkern, die sich heute Politik- und Demokratietheoretiker schimpfen. Dass in Polen die PIS abgewählt und Israel wochenlang Hunderttausende gegen den rechtsradikal der Netanjahu-Regierung protestieren, passt nicht in sein Untergangsgemälde, aber auf solche Kleinigkeiten kommt es ihm vermutlich gar nicht an. Soll ich was dazu sagen zur Abwahl der PIS in Polen und zu den Gegendemonstrationen? Wir hatten ja jetzt auch Demonstrationen mit vielen 10.000, wenn nicht 100.000 Demonstranten gegen rechts. Meint ihr, dass das irgendwas bewirkt hat in der politischen Realität der Machtverhältnisse? Meines Erachtens waren das Nullereignisse. Das wurde ja abgefeiert, als es das gab. Ja, so. Oh, die Demokratie lebt und die Bürger gehen auf die Straße. Nichts. Und was in Polen passiert, sollten wir uns langfristig anschauen. Ja, jetzt gerade ist die PIS abgewählt und was passiert in 5 Jahren? Wo steht Polen in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 15 Jahren? Okay. Selke versteht sich als Paradigmenrebell und das ist er und das ist er zum Glück, das ist seine Leistung, der seine Zunft mit klirrenden Satzketten aus dem dogmatischen Schlummer reißen will. Die Politikwissenschaft solle endlich begreifen, dass sie der Modernisierungsthese auf dem Leim gegangen ist, also dem Märchen, in der Demokratie gingen alle guten Dinge Hand in Hand, Wirtschaft, Wissenschaft, Technik, Medien, alles modernisiert sich und am Ende modernisiert sich auch die Demokratie, alles bleibt gut. Also sozusagen so eine harmonistische These, das ist das, wogegen Selke anschreibt. Und ich kann sagen, es war nie gut. Also, wie soll man sagen, Selks These ist, wenn ich das hier von Thomas Asseheuer wiedergegeben überhaupt richtig verstehe, es war vielleicht mal gut, hat aber längst aufgehört gut zu sein. Meine These ist, es war nie gut. Nie. Deswegen verfällt auch nichts, sondern es ist mehr so, die Langzeitfolgen völlig misskonstruierter Verfassungen throughout modern times wirken sich allmählich aus, weil sie nicht mehr abgemildert und abgefedert werden können durch einen europäisch-US-amerikanischen Kolonialismus. Das ist das, was in Wahrheit passiert. Wir hatten Scheiß-Verfassungen, hatten immer Scheiß-Verfassungen und ja, halt so. Und jetzt kommt es zum Tragen. Jetzt kommt nochmal Thomas Asseuer in seinem Referat von Selks Position. Nur der Kapitalismus überlebt. Und wie gesagt, ich behaupte, Werk von Kapitalismus spricht, zeigt dadurch eindeutig an, dass er unsere Situation falsch analysiert hat, dass er noch gar nichts verstanden hat von unserer Situation. Falsch sagt Selk, in Wahrheit führe gesellschaftliche Modernisierung nicht zwingend zu mehr, sondern oft zu weniger Demokratie, noch weniger Demokratie, als wir haben. Echt? Geht das? Noch weniger Demokratie? Also nochmal zum Verständnis. In Attica haben nahezu alle Vollbürger Demokratie gemacht. Haben sich an politischen Prozessen beteiligt. Nahezu alle. Also Beteiligungsquote annähernd 100%. Okay? Unsere Beteiligungsquote in der Neuzeit liegt stabil bei so 0,3 bis 0,4% der Erwachsenenbevölkerung. Nochmal. Nur so klein. Wir haben hier 100% Teilnahme an Politik unter den Vollbürgern. Und hier haben wir 0,3, 0,4% unter den Vollbürgern Teilnahme an Politik. Das sind die Verhältnisse. Und jetzt, wenn mir jemand sagt, weniger Demokratie, also weniger als 0,3 bis 0,4%, stellen wir uns mal vor, es entsteht ein neuer Faschismus. Natürlich unter anderem Namen. Oder ein neuer Kommunismus. Natürlich auch unter anderem Namen. Also es entsteht das wieder, was wir schon sehr gut kennen. Leider aus dem 20. Jahrhundert. Glaubt ihr wirklich, dass in diesen Formen weniger als 200.000 Leute die herrschende Klasse bilden? Ich glaube, es bleibt sich ungefähr gleich. Die Formen ändern sich, wie diese Herrschaft ausgeübt wird. Aber die Zahl der Leute, die da das Sagen hat, ist ziemlich stabil. Das heißt, eigentlich ändert sich nichts. Es sterben halt sehr viele Leute. Das ändert sich. Das ändert sich wirklich. Ja, es gibt halt wieder Massenmorde. Wie das bei Kommunismus aus sich selbst heraus so war. Und wie das bei Faschismus auch immer aus sich selbst heraus so ist. Es werden sehr viele Leute ermordet. Es gibt Massentötungen. So, das ändert sich. Aber ansonsten ist es so, dass der aristokratische Zustand ist stabil. Das heißt, hier zu reden von, es kommt zu weniger Demokratie, verkennt einfach, worin Demokratie besteht. Nämlich in allgemeiner politischer Tätigkeit. Und noch weniger Allgemeinheit der politischen Tätigkeit, als wir gerade haben, ist kaum möglich. Auch wenn sich also unsere Gesellschaften wieder totalisieren, diktatorisieren, tyrannisieren. Also wenn sie wieder all diese Formen autoritärer Herrschaft mit Wucht zurückkehren. Und das prognostiziere ich ja auch, dass das passieren wird. Und ich halte das für einen unausweichlichen Prozess, dem dieses System, in dem wir sind, wirklich nichts, aber wirklich auch rein gar nichts entgegenzusetzen hat. Also ich bin, würde sagen, da noch ein Ticken, ich würde sagen, realistischer als Selk. Passiert eins nicht, dass sie aristokratischer werden. Sie werden nicht noch aristokratischer, sie werden nur gewalttätiger. Aber sie bleiben so aristokratisch, wie sie auch jetzt sind. Das heißt, es machen genauso wenig Menschen Politik, wie auch jetzt schon. Das ist die Realität. Sorry, in Zahlen. Nur ein Denkkollektiv namens Demokratietheorie, meiner Meinung nach Aristokratietheoretiker allesamt, träumen weiterhin den süßen Traum vom Happy End der Geschichte und verschleiere den Ernst der Lage. Und das ist Selk tatsächlich lobend anzuheften, an sein Revers, dass er das nicht tut. Also er beschreibt die Lage annähernd so düster, wie man sie beschreiben muss. Eigentlich sogar muss man sie halt noch düsterer beschreiben, eben nicht als Verfallsform, sondern als ein Es war nie gut. Also man muss dann noch eine Schippe drauflegen, um zu den richtigen politischen Begriffen zu gelangen, die uns dann wirklich weiterhelfen. Anstatt die wahren Ursachen für den Aufstieg der Rechten zu erkennen und gegenhegemoniale Ideen zu entwickeln, tue sie alles und das Ende der Demokratie und damit auch ihre eigenen Lehre nicht denken zu müssen. Da hat er recht. Andererseits kennt auch Veit Selk die wahren Ursachen ganz offensichtlich nicht. Also hier ist jemand kennt, die wahren Ursachen nicht, wirft aber seine eigenen Zunft, also den Politik- und Demokratietheoretiker vor, die Ursachen nicht zu kennen. Ja, das kann man machen und stimmt auch. Trotzdem stimmt es, dass auch Selk die Ursachen eben nicht kennt und nicht korrekt analysiert hat. Hinzu komme, dass ich die Politikwissenschaft als Legitimationshelferin fürs parlamentarische System verstehe. Ja, das stimmt und das ist ein großes Problem. Sie ist also eine Aristokratie-Rechtfertigungsmaschine eigentlich. Unsere heutige Politikwissenschaft rechtfertigt wortreich aristokratische Politikformen. Wir leben in aristokratischen Politikformen. Sie rechtfertigt gegebene Politikformen, also rechtfertigt sie Aristokratie. Sie glaubt aber, Demokratie zu rechtfertigen, weil sie halt Aristokratie für Demokratie hält. It's as simple as that. So, und das ist ein großes Problem. Und deswegen ist auch die Politikwissenschaft sozusagen unheilbar krank derzeit. Dafür gab es nach 1945 gute Gründe. Ich würde sagen, dafür gab es nie gute Gründe. Doch heute vernebele diese verschwiegene Kollaboration den Blick auf die Krise. Ich würde sagen, diese Vernebelung beginnt im späten 18. Jahrhundert. Die Vernebelung beginnt nicht heute. Sie beginnt auch nicht erst nach 1945. Sie beginnt im späten 18. Jahrhundert. Nämlich dort fängt man an, plötzlich aus dem Nichts Aristokratie, Demokratie zu nennen, weil es halt hübscher klingt. Und weil es halt ein Marketing-Trick ist. Ja, sorry. Ganz so, als wäre der am Himmel der Ideen der funkelnde Sterne der Demokratie niemals untergehen. Ich behaupte, er ist nie aufgegangen in der Neuzeit. Tatsächlich funkelt für Selk nichts mehr. Für mich hat noch nie was gefunkelt. Für ihn hat sich der klassische Liberalismus ebenso erledigt wie das optimistisch-deliberative Modell der kritischen Theorie aus Frankfurt am Main. Ja, wie gesagt, Habermas hat Deliberation nie verstanden, sorry. Er versteht einfach ganz grundlegende psychologische, anthropologische Mechanismen nicht. Sonst würde er nicht über Öffentlichkeit gehen. Und die Glaubensartikel, die die radikale Demokratietheorie zum Beispiel in Person von Chantal Mouffe unters Volk bringe, das habe ich mir kurz angeschaut. Das wirkt noch furchtbarer als David Selbke. Also ich habe es nur überflogen. Ich kannte Chantal Mouffe offen gesagt vorher nicht. Ich habe da ein kurzes bisschen reingelesen, Katastrophe, also furchtbares Zeug, muss man gar nicht drüber reden. Wie gesagt, da fange ich erst gar nicht an zu kritisieren. Es ist so, so, so weit unten, da fange ich nicht an, darüber nachzudenken. Sorry, Theorieniveau ist so unterirdisch. Alles übertrieben, also nochmal, machen wir den Satz fertig. Und die Glaubensartikel, die die radikale Demokratietheorie zum Beispiel in Person von Chantal Mouffe unters Volk bringe, seien von einnehmender Schlichtheit und zutiefst widersprüchlich, das dürfte stimmen. Alles übertrieben, fragt jetzt Thomas Assheuer. Nächsten Jahr wird im Herzland des Westens in den Vereinigten Staaten ein neuer Präsident gewählt. Gewinnt Donald Trump ein zweites Mal, dann ist Sex, Demokratiedämmerung, ein prophetisches Buch. Alles ist sterblich, lernt man, auch die Demokratie. Sie hat in der Theorie gut funktioniert. Die Aristokratie hat in der Theorie vermeintlich gut funktioniert. Einzig oder der in der Praxis gab es Probleme. Nur der Kapitalismus überlebt und findet in autoritären Regimen die ihm angemessene politische Form. Auch das ist keine korrekte Analyse. Die korrekte Analyse ist, wir haben einen Flipflop-Effekt. Die Neuzeit, ohne diesen Konflikt auflösen zu können, Flipflop zwischen Tyrannis und Stasis, Tyrannis und Stasis, Tyrannis und Stasis und immer wenn die Tyrannis schlimm genug ist, greift man nach der Stasis und immer wenn die Stasis schlimm genug ist, greift man nach der Tyrannis ohne Fortschritt. Das ist, was die Neuzeit bisher in die Realität gebracht hat. Und wenn man jetzt glaubt, praktisch nur, weil sich jetzt gerade die Stasis zugunsten von Tyrannis auflöst, sei die Geschichte am Ende, kann ich sagen, nein, das ist nicht das, was passieren könnte. Wenn wir historische Erfahrungen ernst nehmen, können wir schon antizipieren, was passieren wird. Wir werden also uns jetzt in die Tyrannis stürzen, dann werden wir die drastisch negativen Folgen von Tyrannis erleiden und dann werden wir uns wieder in das andere Übel, in die Stasis stürzen. Und wenn die dann wieder schlimm genug geworden ist, werden wir uns wieder in die Tyrannis stürzen. Und so kann es noch ewig weitergehen mit der Menschheit, solange sie halt existiert und sich nicht selbst auslöscht, ohne einen wirklich politischen Fortschritt, ohne je auch nur ansatzweise sowas zu entwickeln wie Demokratie, ohne dass der Stern der Demokratie jemals aufgeht. Das ist möglich und das ist die Dynamik, in der wir derzeit gefangen sind, in der wir derzeit leben. So, und habe ich noch zu irgendwas zu sagen? Ich habe mir so ein kleines Einmerkerl gemacht. Ah ja, der klassische Liberalismus. Ja, da ist immer die Frage, was man drunter versteht. Es gibt auch andere Texte von mir, wo ich so ein bisschen Liberalismus analysiere. Da begreife ich Liberalismus etwas anders, nämlich einfach differenzierte Gesellschaft. Und wenn man jetzt nicht Liberalismus für die Ideologie oder eine Politiktheorie hält, sondern für eine gesellschaftliche Formation, also einfach die differenzierte Gesellschaft ist die liberale Gesellschaft, dann kann man sagen, ist der Liberalismus nie erledigt, weil die differenzierte Gesellschaft eben aus unserer rein nackten schieren Zahl hervorgeht. Solange wir Gesellschaften bilden aus Millionen von Menschen oder eigentlich, wenn man auf die Menschheit heute schaut, aus Milliarden von Menschen, aus vielen Milliarden Menschen, werden wir gesellschaftliche Differenzierung haben, weil der Mensch ein Kleingruppenwesen ist. Das heißt, gesellschaftliche Differenzierung kann gar nicht zurückgenommen werden. Kommunismus und Faschismus versuchen das, aber das können sie, weil es sozusagen eine objektive Entität in der Wirklichkeit ist, nur mit massiver Gewaltanwendung und trotzdem scheitern sie. Obwohl Nationalsozialismus, Faschismus, Kommunismus und all diese Formen massive Gewalt anwenden, um Gesellschaft zu homogenisieren, Faschismus, Rassismus natürlich in einem quasi biologistischen Rassismus, der biologisch überhaupt keinen Sinn macht, egal, aber so funktioniert das. Und Kommunismus natürlich hauptsächlich in ökonomischer Hinsicht, aber beides sind Homogenisierungsfantasien, die mit massiver Gewaltanwendung gegen die Gesellschaft selbst durchgedrückt werden, trotzdem scheitern sie. Und das werden sie auch immer. Wenn man unter Liberalismus nicht eine Ideologie versteht, sondern gesellschaftliche Differenziertheit, dann muss man sagen, jeder, der versucht, gegen diese gesellschaftliche Differenziertheit mit Gewalt anzuarbeiten, wird halt scheitern, weil sozusagen diese gesellschaftliche Differenzierung aus uns hervorgeht und zwar selbst eine Naturgewalt ist. Wenn man Liberalismus so versteht, ist Liberalismus selbst eine Naturgewalt. Also nicht als Ideologie, sondern als gesellschaftlicher Prozess der Ausdifferenzierung in Teilgruppen, Teilmilieus, Untermilieus, Untergruppen, Unter-, Unter-, Untersysteme und so weiter. Und das ist also gar nicht aufhaltbar. Und wenn es also jetzt irgendjemand politisch versucht, durch solche totalitären Formen wie Kommunismus oder Faschismus, dann scheitert er automatisch. Und was ergibt sich aber daraus dann wieder? Ja, halt wieder Stasis-Zustände, beständige Parteikämpfe, die auch nicht gut sind. Und so schwankt die Neuzeit zwischen zwei unguten Zuständen, Stasis und Tyrannis, Stasis und Tyrannis. Parteiförmige Formen, wo sich Aristokraten wechselseitig bekämpfen, wechselseitig um die Macht ringen, die dann immer eskalieren. Wenn die Eskalation schlimm genug ist, dann greift man zur Tyrannis, um das Ganze zu befrieden. Absolutistischer Herrscher à la Hobbes. Und wenn das dann schlimm genug gefolgen hat, also wenn der Autoritarismus in allen unguten Folgen und Folgefolgen ausgekostet wurde, dann fällt man wieder zurück in die Parteikämpfe. Und das ist auch die Hölle. Wir sind sozusagen gefangen in zwei Formen von Hölle, die beide aufeinander verweisen können und so systemisch Fortschritt in Richtung Politisierung, in Richtung Demokratisierung systemisch stabil verhindern. Seit Jahrhunderten, wenn nicht Jahrtausenden. Das ist die Welt, in der wir leben. Und so sehe ich es und deswegen finde ich, dass Veit Selk so, sag ich mal, freundlich auf halbem Weg des Denkens stecken geblieben ist. Und also ein Demokratie- und Politiktheoretiker ist, der nicht mal halb so viel anzubieten hat und nicht mal halb so viel auf die Waage bringt in Sachen theoretisches Kampfgewicht, wie ich das tue. Das ist in der Kampfansage. Wir können uns gerne treffen und das öffentlich ausdiskutieren. Da kann ich schon sagen, wird Veit Selk ganz sicher den Kürzeren ziehen. Prognose. Ceterum Censio, Isonomia am Essesortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.